Du hast jetzt alles zusammen, also du hast ein Merchant Center angelegt, du hast ein Feed hochgeladen, Produkte sind freigegeben von Google, du hast eventuell noch die Produkte mit Labels versehen, sodass du sie noch besser strukturieren kannst und du hast Google Ads mit dem Merchant Center verknüpft. Und perfekt, weil dann kannst du eben jetzt deine erste Shopping Kampagne anlegen und zwar klicken wir auf das Plus für neue Kampagne und sagen, du möchtest zum Beispiel Umsätze generieren und zwar vom Typ Shopping und dann, wenn es verknüpft ist, gibt dir Google jetzt schon dein Merchant Center aus, da musst du einmal kurz prüfen, ob das die ID ist aus dem Merchant Center, was dann eben auch korrekt ist, also wenn du nur eins hast, dann wird das korrekt sein. Ansonsten musst du hier eventuell noch was auswählen und dann hast du die Wahl zwischen einer smarten Shopping Kampagne, die ist relativ neu, die gibt es seit Mitte 2019 und den bisherigen Standard Shopping Kampagnen. Wir gehen jetzt im ersten Mal in die Standard Shopping Kampagne, da hast du im Prinzip dann auch die meisten Auswahlmöglichkeiten, er holt jetzt im Hintergrund im Prinzip die ganzen Daten aus deinem Merchant Center, gibst jetzt der Kampagne einen entsprechenden Namen, zum Beispiel Standard Shopping. Und dann ist es relativ ähnlich wie bei den Suchkampagnen, du kannst halt hier aber natürlich nochmal einen gewissen Filter setzen, kannst also sagen, du möchtest nur bestimmte Produkte haben von einer Kategorie, von einer Marke bis hin zu den Labels, wenn du sie verwendest. Ja, und kannst eben schon mal hier einen Filter setzen. Wir gehen jetzt davon aus, wir machen einfach mal nur eine Kampagne für alle Produkte. Lokale Artikel, auch dafür müsstest du, wenn du ein Geschäft hast, nochmal eine separate Information dem Feed hinzufügen, aber eine sehr schöne Funktionalität hatte ich dir in einem der ersten Videos gezeigt zu Shopping. Da kann Google eben dem Nutzer sagen, in einem Kilometer Entfernung findest du ein Geschäft, wo dieses Produkt auch sofort verfügbar ist, ja, und dir das sofort abholen kannst. Ansonsten Gebote, das ist wie bei normalen Suchkampagnen, der steht halt hier, der Zielrohrs zur Verfügung, Klicks maximieren und der manuelle CPC. Shopping ist natürlich prädestiniert für ein Zielrohrs. Wenn du jetzt noch gar keine Informationen hast oder überhaupt erstmal möchtest, dass das anläuft, die Shopping-Kampagne, dann kannst du durchaus auch erstmal mit Klicks maximieren starten und einfach mal gucken, wie viel Traffic kann Google rüberschicken und sammelst dann auch schon erste Conversion-Daten und kannst natürlich jederzeit später auf den Zielrohrs umstellen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir sagen, für jeden Euro, den wir ausgeben, möchten wir 2 Euro Umsatz haben und das soll Google dann eben schon mal optimieren. Das Tagesbudget, das hängt auch davon ab, in was für einem Segment du unterwegs bist, mach doch zu Beginn vielleicht erstmal 10 bis maximal 100 Euro, ich nehme jetzt mal hier 50, auch das kannst du jederzeit erhöhen und anpassen. Genau und jetzt siehst du hier das von mir angesprochene Feld für die Priorität. Das ist wie gesagt nur dann relevant, wenn du mehrere Shopping-Kampagnen hast. Da kannst du sagen, Niedrig, Mittel, Hoch und in dem einen Beispiel, was ich zeigte, würdest du eben bei so einer generischen Kampagne, wo du Keyword-seitig wirklich auf alles abziehst, Niedrigsagen bis hin zu einer produktspezifischen Suche, wo du also wirklich dann nur einen Nutzer haben möchtest, die nach einem bestimmten Produkt suchen. Da könntest du sagen, da gebe ich die höchsten Gebote und eben auch die höchste Priorität, wenn der Nutzer danach sucht, damit eben die Anzeige dann aus dieser Kampagne ausgespielt wird. Suchnetzwerk und YouTube im Display-Netzwerk, das kannst du auswählen, auch das ist relativ neu. Das Shopping-Anzeigen inzwischen auch auf YouTube und Discover, das ist auf dem Smartphone, wo zum Beispiel relativ viele News-Meldungen kommen innerhalb des Google-Feeds, da können auch inzwischen Shopping-Anzeigen geschaltet werden. Kannst du durchaus mit aktiviert lassen. Das funktioniert meistens gut und deine Reichweite ist natürlich deutlich höher. Genau, Geräte wird grundsätzlich auf allen Geräten ausgespielt, Smartphones, Desktop und Tablets. Standort wird wahrscheinlich relativ häufig Deutschland sein, wenn du lokal nur bist und nur einen Offline-Shop hast oder eben auch nur mit Abholung oder so arbeiten würdest, dann kannst du natürlich das auch nochmal runterbrechen und sagen, nur im Standort Berlin oder München oder welcher Standort für dich dann eben relevant ist. Start- und Enddatum, optional angeben. Okay, jetzt sagt er mir hier, klar, ich habe noch nicht genug Gebote gehabt. Speichern und fortfahren würde er dann entsprechend das Ganze speichern. Ich klicke jetzt hier mal raus und gehe mal in die schon existierende Shopping-Kampagne in diesem Konto. Und dann kann ich dir auch zeigen, wie das aussieht. Es gibt dann eine Anzeigengruppe. Und innerhalb der Anzeigengruppen gibt es dann nicht wie bei den Suchkampagnen Keywords, sondern es gibt halt Produkte. Und standardmäßig hast du erstmal alle Produkte und kannst dafür dann je nach Geburtsstrategie ein Gebot abgeben, was für alle gilt. Und was ich dir empfehlen würde, ist auf jeden Fall mit diesem Plus, was dahinter steht, beziehungsweise diesem Stiftsymbol, einmal deine Artikel komplett hinzuzufügen und zu unterteilen. Und je nachdem, wie groß dein Feed ist, fügst du entweder, so wie hier, einfach alle Produkte anhand der Artikel-ID hinzu oder du machst das erstmal mit Kategorie der Produkte oder mit Marke, wie auch immer und kannst das entsprechend unterteilen. Je nachdem, wie dein Feed Informationen hat. Der Vorteil ist nämlich dann, du kannst dann wirklich für jedes Produkt sehen, wie die Performance-Daten sind. Und im Fall von Shopping hast du dann auch nochmal ganz nett, je nachdem, wie viele Daten du hier bekommst. Und wie viele andere Leute und Händler auch auf dein Produkt Werbung schalten, hast du dann hier auch nochmal eine Info, wie viel bieten denn die anderen. Im Durchschnitt 1,79 Euro. Wie viel Anteil an möglichen Klicks hast du insgesamt mit deinen Anzeigen in dem gewählten Zeitraum. Und kannst hier hinten auch nochmal Spalten einblenden für diese Übersicht, die ich der Merchant Center gezeigt habe, nämlich wie viele Produkte hast du eingereicht. Und wie viele wurden schon freigegeben, wie viele sind aktiv und wie viele sind wirklich auch bei Google bereitstellbar, also auslieferbar. Kannst dann eben auch hier das immer nochmal checken. Und auch wenn du nicht jeden Tag ins Merchant Center guckst, kannst du hier auch sehen, falls hier irgendwas sich stark verändert. Wenn also bereitstellbare Produkte auf einmal auf nur 100 und vorher waren es 700 herunterrauscht, dann weißt du, okay, da ist irgendein Problem mit dem Feed. Du solltest also schnell dann in das Merchant Center gucken, weil ja, im schlimmsten Fall ist die Shopping Kampagne irgendwann offline, weil du eben kein aktives Produkt mehr hast. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, weshalb Produkte abgelehnt wurden und Formatierungsfehler oder ähnliches, was du dann auch wieder schnell beheben kannst. Aber wenn dir das ein paar Tage nicht auffällt und du fährst eine Kampagne mit irgendwie ganz wenig Traffic und kommt kaum noch Umsatz, dann geht dir halt auch eine Menge Umsatz. Genau, das zu der Standard Shopping Kampagne. Wir könnten jetzt halt auch noch viel weiter ins Detail reingehen, aber ich würde sagen, das reicht. Das ist erstmal schon eine super Ebene, wo wir jetzt auch relativ detailliert eben das Ganze uns ansehen können und gucken können. Hier vorne siehst du immer die IT-IDs. Wenn du einmal mit der Maus rübergehst, siehst du dann auch wirklich den Produktnamen, also wenn du das nochmal genauer wissen möchtest. Gut, dann gehen wir zurück und zeig dir nochmal die Smart Shopping Kampagne. Also auch da eine neue Kampagne, Ziel-Umsätze, Typ Shopping und sagst Smart Shopping. Smart Shopping ist eine Kampagnenart, die gibt es auch noch nicht lange, auch erst seit 2019. Und die Smart Shopping Kampagne ist, wenn man es böse ausdrücken möchte, eine Black Box. Das heißt, du siehst eigentlich nicht, was Google macht mit deinen Produkten, welches Produkt, wie oft geschaltet wird, wo das ausgeliefert wird, wie das performt. Sondern du sagst Google, hey, nimm bitte meinen Feed. Leg dafür eine Kampagne an, gibst ein Budget an und gibst eben ein Ziel an, also zum Beispiel Conversion-Wert maximieren oder auch wieder Zielrohrs. Und dann siehst du, mehr kannst du nicht einstellen. Du kannst nur sagen, speichern und fortfahren. Und dann beginnt Google eben aus deinem gesamten Sammelsurium an Produkten, so die Klicks zu steuern, dass du halt einen möglichst großen Umsatzwert oder eben einen entsprechenden Zielrohrs erreichst. Die funktionieren meistens sehr, sehr gut. Also die Smart Shopping Kampagnen sind wirklich ziemlich gut, vor allem auch deswegen, weil du in Verbindung mit einer aktiven Remarketing Liste, also das ist eine der Grundvoraussetzungen, die du haben musst. Du musst also eine Zielgruppe von mindestens 100 Nutzern haben in deinem Konto. Kannst du jederzeit hier oben checken unter Tools, Zielgruppenverwaltung. Würde er dir aber auch anzeigen, wenn du das noch nicht hast, dann kann er dir auch das dynamische Remarketing ausliefern, ohne dass du, wie im Fall von Standard Shopping Kampagnen, nochmal einen Remarketing Code anpassen musst. Das ist nämlich ziemlich aufwendig für jedes Produkt, immer nochmal diesen Remarketing Code korrekt auszuliefern. Mit Smart Shopping funktioniert das komplett automatisch. Also Google kann eben schon genau anhand des Feeds und anhand des Nutzers, der auf deiner Seite war, genau herausfinden und zuordnen, welches Produkt der Nutzer sich angeschaut hat und eben später eben dieses Produkt nochmal in Google oder auf YouTube oder irgendwo anders im Display-Netzwerk zu zeigen. Und das hat natürlich oft auch eine ziemlich gute Performance, weil du halt sehr zielgerichtet dem Nutzer nochmal das anzeigst, für was er sich auch interessiert hat. Genau, du kannst im Smart Shopping aber leider keinerlei negative Keywords hinzufügen. Also du bist da wirklich komplett auf den Algorithmus und die Optimierung von Google angewiesen. Bei den normalen Shopping-Kampagnen kannst du eben zumindest gucken, auf welche Suchanfragen hat Google deine Produkte ausgeliefert. Und was sind vielleicht Keywords, auf die du nicht bieten möchtest, also vielleicht sehr generische Keywords oder sehr spezielle Wettbewerber-Keywords, wo du vielleicht irgendwie ein Übereinkommen hast, das ihr euch nicht gegenseitig bucht. Das kannst du über Smart Shopping nicht anlegen, zumindest Stand jetzt ist das nicht der Fall. Das ist also wirklich komplett in den Händen von Google, wie das ausgeliefert wird. Okay, dann noch eine Sache, die ein bisschen anders gelagert ist, und zwar die sogenannte Showcase-Ad. Da gehe ich auch mal wieder in eine bestehende Standard-Shopping-Kampagne. Und man kann dann eine neue Anzeigengruppe anlegen und sagen, ich möchte eine Showcase-Shopping-Anzeige haben. Das ist vor allem auf Mobilgeräten ausgesteuert. Ich versuche es aber dir mal auf dem Desktop auch zu zeigen, und zwar zu sehr generischen Begriffen. Da liefert er jetzt hier leider diese einzelnen Artikel aus. Wenn ich das jetzt nicht so dir zeigen kann, wie ich das dir gerne zeigen würde, dann zeige ich dir einen Screenshot von Mobilgeräten. Das geht auch. Und zwar hast du dort nämlich eine Vorauswahl von... Hier kann man es am besten sehen. Hier links siehst du die Standard-Auslieferung von Produkten. Also da hat Google wirklich die entsprechenden Produkte drin. Und hier rechts, und das ist halt vor allem bei sehr generischen Begriffen, da siehst du zum Beispiel bei der Anfrage nach Blue Jeans, also blaue Jeans-Hosen, nur den Händler, Walmart, Asos und so weiter. Und siehst dann ein Hauptbild. Das kannst du selbst definieren als Händler. Und dann eben einzelnen Produktbildern. Also alles, was zum Thema Blue Jeans passt. Und das ist also ein bisschen höher in der Kaufabsicht vom Nutzer angesiedelt. Also er sucht noch nicht direkt nach einem speziellen Produkt, sondern Google ermöglicht ihm zu sagen, hey, ich bin... oder zu zeigen, hey, hier, das ist Walmart. Und Walmart hat für dich eben folgende Produkte, die dich interessieren könnten im Angebot. Und das legst du dann entsprechend in einer separaten Anzeigengruppe, in einer Standard-Shopping-Kampagne an. Und kannst dann sagen, du möchtest zum Beispiel alle Produkte haben und gibst dann ein Hauptbild an. Und dann wird eben auch diese entsprechende Showcase-Ad ausgeliefert. Die wird dann auch nicht pro Klick abgerechnet, sondern das nennt sich dann Engagement. Also sobald der Nutzer hier einmal draufklickt, bleibt er noch bei Google und ist aber dann noch in so einer extra Unteransicht drin, wo er dann nochmal deine Produkte entsprechend sich anschauen kann. Und erst dann, wenn er von diesem einzelnen Produkt auf Google draufklickt und kommt zu deinem Shop, dann ist sozusagen dieser Klick per se erstmal kostenlos. Aber du hast vorher eben schon für dieses Engagement bezahlt, sodass der Nutzer auf Google überhaupt diese Vorauswahl getroffen hat und sich deine Liste an Produkten überhaupt erst einmal anschauen möchte. Ja, am Anfang würde ich dir das noch nicht unbedingt empfehlen. Ich würde sagen, starte erstmal mit Produktshopping. Das ist das zielgerichtetste. Und wenn du da deine Ziele erreichst, dann, klar, macht es total Sinn, eben auch auf Showcase-Shopping-Anzeigen zu gehen, weil damit kannst du das Ganze dann noch erweitern.